Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Abrahams direkt voraus im Wasser, Rufzeichen Warpik, Return of Vasquez, Ihre Einheit geht vor, over, verstanden, Bravo ist unterwegs, Warpik soll sich bereithalten, sind unterwegs, Ende. Der Panzer steckt einen halben Kilometer südlich von hier fest, los jetzt. So, also weiter geht's mit Call of Duty Modern Warfare Remastered. Und jetzt kommt da einfach so ziemlich die Mission und ich glaube es am meisten Kasta, Warpik. Und das ist eine von denen, ich weiss es gar nicht mehr wäre, aber es ist eine, wo du einfach so die ganze Nummer verteidigen musst und nicht so extrem spannend ist. Ja, aber die haben kein Nachtsichtsgerät und die treffen mich so gut, oder was? Ui, das sind unsere Leute, hä? 100 Laser-Laber, Mann. Wow. Was sind sie da? Ich kann vorrücken klein, wow. Ah, wir müssen hier oben eben gut kämpfen, da unten bringt es uns nicht viel. Ein Schraubflint, nein, wie der Pistole. Vorsicht beim Feuer, wir sind im ersten Stock. Verstanden, verlagern das Feuer. Oh, ich habe ein Trophie bekommen. So, Abschuss bestätigt. Hey, die Pistole ist ja wirklich ein Move. Wo hat es noch jemand? Achtung, weitere feindliche Truppen näher sich den Tankplatz, sofort dorthin. Verstanden, wir arbeiten dran, over. Gar nichts ist sicher, da kommt mir einen entgegenzettel, Mann. Wo ist der Dusche, oder was das jetzt sein, da? Mann am Boden. Ist das einer von meiner Leute gewesen? Nein. Das Gegner überall. Ich glaube, es ist gegangen, gell. So. Hier ist noch einer. Hier ist noch einer, wo es sich nicht. Der Second Change, oder? Äh, Second Change. Second, äh, was ist Second Change? Oder wie hat das geheissen? Weiss ich gar nicht mehr. Das hat so gegeben, mein Black Ops 1 und MB3 hat es noch gegeben. Ich glaube es nicht mehr. Klappe halten und machen wir sie weiter fest. Verstanden. Spärfeuer! Vorsicht! Der von der ersten Schuss! Kontakt an der Überführung! Wow, Alter, von wo kommst du zu? Sorry, dude. Was ist mal ohne? Hä? Yeah! So. So. Wow, das ist so viel. Ah, scheisse, ey. Dort hat es zu viel gehabt. Also, die Wassermelonen haben wir noch erwischt. Granatwerfen brauchen. Oh, shit. Getroffen wurde. Es schloss gerade ins Neverland raus, Mann. Ich erwarte, bis ich wieder ein bisschen regeneriert habe. Jesus, ey, die Treffe ja auch. Warte, Mann. Okay, ich gehe jetzt gerade vorne. und schieße einen Blender rauf, dass sie mal ein bisschen betäubt sind. Und dann kann ich sie mit dem Granatwerfer relativ gut nehmen und nehme jetzt mal ab. So. Genau. Warte, wieso treffe ich sie einfach nicht? Vielleicht muss ich einen nach dem anderen abschiessen da drin. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, dass die Mission so sehr schwer gewesen ist. Vor allem spawnen da immer wieder Leute. Und? Die Aufklärung hat feindliche Panzer in dieser Richtung haben sehen. Rauf aufs Dach und diese Javelin gegen sie einsetzen. Schon dabei, Sir. Oh, jetzt hat es aber doch gerade pariert, oder? West hat sie wischt! West hat sie wischt! Jackson, hand die Javelin! Jaxon, den Panzer da mit dieser Javelin ausschalten. Boah! Was ist ein Javelin? Oh da. Feuer auf die Fahrzeuge am anderen Ende der Brücke. Beheilung! Feind auf auf einer Fläche! In Südwesten! Jaxon, in den ersten Stock und die Panzer ausschalten. Geh nicht, Jaxon! Geh nicht, Jaxon! So, neue Panzer, he? Guter Schuss, Mann! So. Das dürfte es gewesen sein. Okay, das war der letzte. Sehr gut, also wir können weiter. Hä, das war doch vorher schon tot. Der Panzer ist schon wieder tot. Brennende Hitze! Okay. Wieder ein Trophäe bekommen. Da werden sicher auch irgendwo zwei Laptops versteckt sein, aber ich finde sie jetzt einfach nicht. Auf Deckung! Oder, quasi habe ich nicht gross gesucht jetzt. Alpha 6, wie ist der Status? Over! Wir sind einmal auf Singlestars! Jetzt sind nur das 4-4 übrig! Aber der Panzer ist bereit! Over! Bro, sexy Rohrweg! Das Hauptgeschüsse hilft, aber wir haben doch unser Maschinengewehr. Sie kommen mit Sprengwissen rein. Lasst sie nicht zu nah an dem Panzer an! Wow! Äh, jetzt müssen wir die Arttellerie dorthin hier oben fliegen. Alter! Die immer mit einer scheiss Granate, Mann! Wow! Shit! Die Granate ist plötzlich da gleich. Ja! Jesus, ey! Ist das schwierig, ey! Alpha 6, wie ist der Status? Over! Wir sind einmal auf Singlestars! Das ist verdammt viele Leute, Mann! Das ist verdammt viele Leute, Mann! Das ist verdammt viele Leute, Mann! Wir kommen mit Sprengsätzen rein! Lass sie nicht zu nah an dem Panzer! Oh! Die Panzer als Deckung nehmen! Die Granatwerfer verwenden hier. Das ist ein bisschen. Wieso kann ich jetzt meine Sekundärwaffen auswählen? Ah, okay. Die habe ich ja abgelegt. Dann habe ich sie gar nicht mehr. Also... Ja, jetzt wollte ich mit dem Ding rumfetzen. Ähm... 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 Mit dem... Mit dem Raketenwerfer vorher. Der Javelin, oder wie er heisst da. Aber äh... Ich wollte... Die M4 auflesen. Aber das... Ich habe ja... Aber es ist nicht mehr gegangen. Huch! Was ist das? Ein Container! Ich muss einfach da... Jetzt muss ich... Das ist einfach so Scheisse da. Da muss ich einfach so verdammt verteidigen die ganze Zeit. Mann, das ist schon die Mission ich gemeint habe. Aber... Hier finde ich aber nicht so... Geil. Ah, er wird von rechts beschossen noch. Vielleicht kommen wir da auch noch. Ah... Was machst du hier? Sieh, kommst du einfach hierher? Uh... Nice! Bravo 6! Achtung! Mehr Feinde sammeln sich westlich von ihrer Position. Over! Zwei Charlie Bravo 6! Mit der Luftunterstützung... Für... Ich kann nicht durch die Tür abschiessen, schade. Ich will durch das Blech durch. Südlich von ihrer Position befindet sich eine feindliche ZPU. Bevor sie die nicht erledigen, können wir keine weiteren Hubschrauber schicken. Jackson, finde diese ZPU und schalte sie aus, damit wir Luftunterstützung bekommen. Lopez, Gaines, gebt in Deckung! Alles klar, dann los! Sichert den westlichen Zugang! Bewegung! Ja, wir sind dran! We on it! Ah, Wasserbelone! Yeah! So... Ach, da komme ich nicht drüber. Schuuu! Wir haben wieder Granaten aufgelassen, finde ich gut. Wir sind so weit! Jackson! Mach schon! Falscher Knopf gewesen. Das ist eben noch einer gewesen. Den Gegner habe ich gar nicht gesehen. So! Also, sehr gut. Jetzt haben wir sie verwischt und es kann unsere Luftunterstützung kommen. Aufmerksamkeit auf dich! Over! Oh, das sind äusser Leute! Ah, ich muss einen geschehen Deck kriegen! Okay! Okay! Leuchtzeichen gesichtet! Willkommen und ausbereiten! Bereit! Jetzt gehen wir! Wow! Jetzt werden sie es aber wissen, hey! Ganz heute nennen sie sie voneinander! So, thanks for that. The Hunters sind cool. So. We hear, we have not much time to bring the Panzer out. We take the defense position to this Sumpf here. Here and here. We will have some time to make the Technicers flot. Hooray. So, yeah. Do you drink my Mayan milk? Do you know what? Yes, I drink your Mayan milk. I've always drank your Mayan milk. Here, this is your Mayan milk. And I will drink it. And what do you want to do? What do you want to do? Have I told you. Have I told you. Have I told you it? No. We have a beer. I hope you do it. I'll be here. Bye. Untertitelung des ZDF für funk, 2017